Hipster-Hass. Uns hat man gerade das Cover von Flair gezeigt. Peinlich. Peinlich. Eigentlich kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Aber sein Ding, ich weiß gar nicht, was die alle haben. Ich meine, die tun doch selber jetzt die Musik ein bisschen. Allein dieses Kader-Ding, da versucht doch jeder jetzt ein bisschen sein Teil abzugreifen und da irgendwas zu kopieren, aber will das dann cooler umsetzen und einen auf Gangster machen. Oder profitieren davon, dass er ihn disst oder sowas. Ich finde es peinlich, jeder das, was er machen will. Mein Gott. Für mich existiert kein Hipster-Hass. Aber, ey, jeder sein Ding. Wir sind jetzt nicht so die Hipsters. Wir sind mehr so die Gangster-Typen. Ich? Taylor eher so der Hipster. Und ich hasse ihn ja auch nicht. Tja. 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 Tja.